Aufgepasst, liebe Community, heute tauchen wir ganz tief ein in die Welt der Profiling-Psychologie und ich werde euch nämlich heute ein einziges Wort zeigen, das jeden Narzissten auf der Stelle enttarnt. Einen Narzissten und seine Lügen, was ganz viele von euch ganz arg beschäftigt, denn es ist so gut wie unmöglich, die Wahrheit aus einem Narzissten herauszubekommen. Und keine Sorge, das wird jetzt hier kein Video, wo wir lernen, wo wer hinguckt, weil er lügt nach oben, unten, rechts, links oder wann er die Hand an die Nase tut. So ein Quatsch ist das hier nicht, sondern ihr kriegt wirklich richtige Strategien an die Hand, die ihr ausprobieren könnt, die von einem Profiler bestätigt wurden, die hundertprozentig funktionieren werden. Hey, ich bin Arti und kläre schon seit über acht Jahren über narzisstischen Missbrauch auf, war selbst lang in einer toxischen Beziehung und konnte mich lösen. Jetzt helfe ich anderen daraus. Wenn du hier neu bist, abonniere gerne meinen Channel, dann verpasst du kein wichtiges Video mehr und drück auch aufs Glöckchen, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ich mehrmals die Woche wichtigen Content hochlade. Und am Ende werde ich dir auch noch eine sehr wichtige neue Sichtweise zeigen, die dich selbst wahrscheinlich überraschen wird und womit du dieses Thema nochmal mit ganz anderen Augen sehen wirst. Also ein ganz klarer Aha-Moment. So, und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Strategie, wie du in Zukunft Narzissten mit nur einem Wort enttarnen kannst. Und was wir jetzt begreifen müssen, ganz rein psychologisch gesehen ist, warum ein Narzisst lügt. Nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Ein Narzisst lügt, weil er im Inneren eine Lehre hat und weil er nicht sein wahres Selbst lebt, sondern immer in einem erfundenen Ich durch die Gegend läuft, was perfekt ist. Da er aber in seinem Inneren ganz anders drauf ist und eben auch schlimme Dinge tut, kann er das nicht verbergen und muss deswegen ständig Sand über seine Lügen schütten, damit das alles nicht ans Tageslicht kommt. So, und deswegen ist das meiste, was aus dem Mund eines Narzissten kommt, tatsächlich irgendwie entweder komplett gelogen oder es wurde ein bisschen was dazu gedichtet oder es wurde so rumgedreht, dass er der Held der Geschichte ist. Weil nur wenn andere ihm glauben, dass er der Gute ist, kann er sein Fake-Ego weiter bewahren. So, lange Geschichte kurz. Und es ist jetzt so, wenn der Narzisst zu dir kommt und lügt, und ich habe das jahrelang erlebt, Leute, ich habe Sachen erlebt, das glaubt dir kein Mensch. Und ich habe mein halbes Leben gefühlt damit verschwendet, diesen Menschen zu überführen bzw. die Wahrheit aus ihm rauszukriegen. Denn unser Bauchgefühl täuscht sich nicht, meine Lieben, okay? Und deswegen werden wir auch irgendwann zu den FBI-Stalkern, die wir in so einer toxischen Beziehung leider alle geworden sind, zu einem gewissen Zeitpunkt, weil wir einfach wissen wollten, was die Wahrheit ist. Aber jetzt werde ich dir zeigen, wie es viel einfacher ist, an die Wahrheit zu kommen. Und bei Lügnern ist es folgendermaßen, gerade bei pathologischen Lügnern, ist es ganz einfach, an die Wahrheit zu kommen. Jemand, der etwas erfindet und lügt, der wird niemals seine Geschichte kurzfassen. Das heißt, wenn er nach Hause kommt und dir etwas vom Pferd erzählen will, dann wird er das groß ausschmücken. Es wird ganz viele Details geben, die eigentlich total unwichtig sind. Aber das soll dich eben einerseits in die Irre führen und auf der anderen Seite soll es das glaubhafter machen. Denn wenn jemand glaubhaft, lang und breit, detailreich etwas erzählt, so denkt er, dann wird man ihm mehr abkaufen, was er sagt. Und jetzt kommt eben ein ganz wichtiger Profiling-Tricks von Profis, die auch bei der Polizei angewandt werden, um Täter zu überführen. Und jetzt wird es ein bisschen widersprüchlich für den Moment, aber bleib bei mir. Du musst Details erfragen. Jetzt wirst du sagen, hä, aber er hat doch schon ganz viele Details erzählt. Ja, aber die sind ja alle erfunden. Und das Problem ist, umso größer der Narzisst die Lüge macht, umso fragiler wird sie. Das heißt, umso mehr droht sie zusammenzubrechen. Denn er kann sich das am Ende alles gar nicht mehr so genau merken. Das heißt, wenn du einen Lügner überführen willst, dann fang an, wirklich ganz doll in die Details zu gehen. Frag, ach ja, das ist ja krass, dass das passiert ist. Um wie viel Uhr war das denn? Wo warst denn du da genau? Waren da noch Kollegen bei dir? Erzähl mal. Und wo der Narzisst eben noch ganz sicher schwadroniert hat, wie ein Held, mit seinen ganzen Details, die er sich überlegt hat, so wird er auf einmal ins Stocken geraten. Denn wo er sich die erfundenen Sachen gerade noch so eben merken konnte und einmal runterrattern konnte, so wird er auf einmal vollkommen ins Stolpern geraten. Denn jetzt muss er ja noch mehr Details dazu erfinden, die kongruent sind mit den anderen Details, dass er sich nicht verhaspelt. Und genau so machen Profiler das. Denn dann kannst du ganz genau merken, dass er anfängt, sich unwohl zu fühlen. Dass er vielleicht da schon defensiver wird. Dass er dann sagt, ach, das weiß ich doch jetzt nicht. Ey, du stellst mir Fragen. Und dann kannst du aber ganz offen sagen, ja Mensch, aber du hast das ja eh schon so mit so vielen Details erzählt. Dann wirst du doch jetzt noch wissen, welcher Kollege da bei dir war. Und indem du immer tiefer in die Details gehst, wirst du selbst irgendwann merken, dass er anfängt, sich zu widersprechen. Immer weiter Details nachfragen. Und du wirst merken, wie der Lügner immer weiter zurückweicht, immer unruhiger wird, teilweise auch in die Defensive geht, aggressiv wird. Und auch anfängt mit der typischen Narzissten-Aussage, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das habe ich, nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Das habe ich vergessen. Ja, also wenn du dann diese drei Lügenstrategien noch mal tiefer eintauchen willst, hier um rechts das Video für später noch mal. Ja, das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, einen zweiten Fakt, den jeder kennt, den ich jetzt nur an den Anfang setze, damit du den Rest verstehst. Ja, ein Narzisst braucht Zufuhr. Ein Narzisst braucht rund um die Uhr von anderen Menschen Zustimmung, Mitleid, alles, was mit Emotionen zu tun hat. Denn nur daraus kann er weiter sein Spielchen mit anderen spielen und sein Fake-Ego aufrechterhalten. Okay, so weit, so das wusste ich schon. Logisch, ja. So, jetzt kommt aber der zweite Profiler-Trick, den man, wie gesagt, auch bei Vernehmungen gerne anwendet. Denn entziehst du dem Narzissten einmal die Zufuhr, das heißt, ja, die erzählen ja auch so detailreich, damit du da sitzt und sagst, oh, was und wie? Und dann ist das passiert, boah, krass. Das bestätigt den Narzissten ja die ganze Zeit in seinem Fake-Ego und er fühlt sich sicher, dass er dich super verkackern kann. So, aber jetzt kommt der zweite Profiling-Tipp. Dazu, dass du anfängst, Details zu erfragen, wirst du ihn jetzt grey rocken. Du weißt schon, die stärkste Waffe gegen einen Narzissten, oben rechts. Bedeutet, du wirst jetzt komplett langweilig. Du wirst deine Emotionen abschalten, dein Gesicht entspannen, jegliche Emotionen aus deiner Stimme nehmen und so weiterfragen. Du wirst keine Mimik und Gestik mehr haben. Der Narzisst weiß nicht mehr, woran er ist. Er wird nicht mehr in dir ablesen können. Glaubt sie mir, glaubt sie mir nicht? Ist sie noch da? Was passiert jetzt? Hat sie mich durchschaut? Oh Gott, sie hat mich durchschaut. Da wird er schon Panik kriegen. Also bei den Details wird er schon Panik kriegen und sich verhaspeln. Das wirst du merken. Aber sobald du dann emotionslos wirst, wird dem richtig der Popo auf Grundeis gehen. Und du wirst teilweise merken, wie die anfangen zu schwitzen, wie sie anfangen, wild rumzuhantieren, nicht mehr still sitzen können und immer unsicherer werden. Leute, wie gesagt, wir machen hier jetzt kein Körpersprachen-Video. Das haben wir auch schon mal gemacht, oben rechts. Aber ein Körper kann nicht lügen. Das ist so. Das mache ich jetzt nicht nochmal alles von vorne, aber ein Körper ist nicht in der Lage zu lügen. Das heißt, der Narzisst mag lügen, aber der Körper sagt die Wahrheit. Aber wir möchten ja jetzt erreichen, dass du eindeutig merkst, dass dich jemand anlügt. Und das ist eben der zweite Punkt, wo du das ganz deutlich an seiner Regung und an seinem Sprachgebrauch ablesen wirst. Du wirst Details erfragen und dabei komplett langweilig und neutral sein. Und du wirst merken, wie er sich immer mehr verhaspeln wird, wie er immer mehr in Stress geraten wird. Seine Stimme wird jetzt schneller. Er wird immer aggressiver werden. Er wird sagen, was soll das denn jetzt? Warum fragst du mich sowas? Ja, das ist so ganz typisch für einen Narzissten, wenn er lügt, weil hier bricht sein alter Ego zusammen. Hier kann er die Luftblase nicht mehr aufrechterhalten. Und das ist ja die größte Angst, die ein Narzisst hat, dass jemand dahinter kommt, dass er nur ein Fake-Ego ist. Und wenn dir das jetzt immer noch nicht ausreicht, weil jetzt wird es schon mega auffällig sein, dass du ihn komplett enttarnt haben wirst, dann kommen wir jetzt zur Strategie Nummer 3. Und hier wird jetzt auch das eine Wort vorkommen, was ich euch am Anfang des Videos versprochen habe. Ein Narzisst, und das hat die Anna Koss, eine große Aufklärerin von damals mal gesagt, ist wie ein Bio-Roboter. Er versteht Emotionen nicht und auch keine Empathie, aber er hat sein Leben lang gelernt, andere mit Mimikrie nachzuahmen, damit er in sozialen Situationen irgendwie weiterkommt. Bedeutet, er weiß, wenn du weinst, muss er dir einen Arm um die Schulter legen, dich in den Arm nehmen, dir vielleicht auf die Schulter klopfen und Ei-Ei machen, ja. Aber es ist eben nur Fake. Es ist die histrionische Seite eines Narzissten, die drama-behaftete Seite. Und gerade wenn sie lügen, tischen sie immer ganz groß auf. Das heißt, die Geschichten sind meist ausgeschmückt bis hinten. Also da kriegt man, wie gesagt, wenn du irgendwann sowas durchschaust, kriegst du nur noch Wirkreiz, wenn jemand schon so anfängt, mit dir zu reden, ja. Dann sagt er, also ich war heute Mittag mit meinem Brötchen auf der Straße unterwegs und dann war da ein Obdachloser. Und was soll ich sagen, ey, ich bin ja, ich bin ein guter Mensch, ich bin so ein guter Mensch, ja. Und dann dachte ich mir erst mal, ah, gebe ich dem was zu essen, nehmen, jetzt habe ich kein Bargeld mehr, Mist, jetzt wollte ich dem was in die Büchse tun. Ach, und dann dachte ich mir, komm, komm, gehst du noch und hebst eben Geld ab. Ja, und dann gehe ich zur Sparkasse und dann glaubst du nicht, dann rempelt mich da einer an, als ich mein Geld abgehoben habe. Und dann gehe ich zurück zu dem Obdachlosen, will dem gerade Geld in die Büchse tun. Und dann sehe ich, mein Portemonnaie ist leer, ich wurde beklaut, da hat mich jemand beklaut. 200 Euro mal eben futsch. Es ist ein unglaublich schlechtes Schmierentheater, es ist ein unglaublich schlechtes Schauspiel, es ist eher wie so ein deutscher Film. Wer Filme liebt, weiß, was ich jetzt gerade sagen wollte. Okay, manchmal ist die schauspielerische Leistung bei deutschen Filmen nicht jetzt so der Brüller und deswegen sage ich dann immer deutscher Film dazu, sorry. Es gibt natürlich auch gute deutsche Filme, nein, aber Narzissen leben davon, von diesem Drama, von dieser Erzählkunst, ja, und sie möchten, dass es dich vollkommen vereinnahmt und wenn du da jetzt schon sitzt, vollkommen emotionslos, detailnachfragend, wo sie gar nicht mehr beantworten können, weil ja alles erfunden ist, die Wahrheit ist dann wahrscheinlich, sie haben die 200 Euro einfach in der Spielbank verzockt, aber sie mussten eine Geschichte dazu erfinden, okay, so, und sie wollen was Gutes, so sind ja der Retter, okay. So, aber das musst du durchschauen, dass es ein aufgeblasen, und es Fake-Ego ist und dass nichts davon echt ist. So, und jetzt möchte ich dir dein neues Lieblingswort beibringen. Dein neues Lieblingswort, was in Zukunft jeden Lügner, jeden Missbraucher, jeden toxischen Menschen, wo sofort die Maske fallen wird, wo du es sofort enttarnen lernst und das ist das Wort Kongruent. Ich blende es dir hier unten mal ein. Kongruenz bedeutet, dass deine Worte zu deinen Taten passen. Ein Mensch, der kongruent ist, bezeichnet sich als Veganer und verhält sich wie ein Veganer. Er isst also kein Steak zu Hause, außer eins aus Tofu. Ein kongruenter Mensch ist im Gleichgewicht und wenn der dir was erzählt, was der Wahrheit entspricht, dann fühlt es sich richtig an. Da ein Narzisst aber nur ein schlechter Schauspieler in einer Hülle ist, merkst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du wirklich, wirklich darauf Acht gibst, dass nichts an einem Narzissten jemals kongruent sein kann. Die reden das eine und tun das Gegenteil. Und das spürst du. Und mit Kongruenz kannst du jeden Narzissten sofort enttarnen. Und jetzt möchte ich dir noch was sagen. Du hast das Video wahrscheinlich eingeschaltet, weil du dachtest, boah geil, jetzt kann ich dem Narzissten das Handwerk legen, jetzt haue ich dem was um die Ohren, was ihn zum Gestehen bringt. Auch das Video gibt es schon oben rechts. Ich möchte, dass du dir das später anschaust, aber danach bitte zurückkommst und dir hier den Schluss nochmal anguckst. Oder dir jetzt schon mal den Schluss anguckst und später das, wie du möchtest. Du musst eins verstehen, der Narzisst ist nicht echt und irgendwo in seinem tiefsten Inneren, da weiß der das, der weiß das ganz genau, aber er fürchtet es, wie der Vampir das Tageslicht. Denn dann würde sein ganzes Lügengebäude einstürzen. Das bedeutet, selbst wenn du ihn komplett enttarnen würdest, mit Beweisen und allem, und ich weiß, das haben wir alle getan, du und ich. Wir hatten schon 100 Beweise in der Hand, dass er fremd geht, dass er mit anderen Frauen schreibt, dass er auf Singleportalen angemeldet ist. Was ist passiert, frage ich dich. Was ist passiert? Genau. Er hat 30 Lügen dazu erfunden, die belegen, dass er unschuldig ist und dass alles nur eine große Verschwörung gegen ihn ist. Hör auf, auf jemanden von der Wahrheit überzeugen zu wollen, der sich selbst belügt. Dieses Video hier ist nicht gegen Narzissten oder um Narzissten vor sich selbst zu enttarnen. Dieses Video hier ist dafür da, dass du aufhörst, dir was vorzumachen. Denn das ist hier das wirkliche Problem. Der Narzisst lebt sein Leben lang schon so. Der macht sich sein Leben lang was vor und wird das machen, bis er aufhört zu atmen irgendwann. Der Trick ist, dass du aufhören musst, dir was vorzumachen. Du musst dahinter kommen, was da wirklich hinter steckt. Und dann reicht dir das. Dann reichen dir diese drei Strategien vollkommen aus, um deine Konsequenzen zu ziehen. Man sagt immer, ein Opfer, was noch nicht aufgewacht ist, wird wutentbrannt nach unten rennen, wenn es einen Beweis hat, dass der Narzisst lügt und ihn stellen und anschreien und total fertig nach drei Stunden ins Bett fallen und der Narzisst hat nichts zugegeben. Ein erwachtes Opfer hingegen wird die Lüge eines Narzissten enttarnen, seine Koffer packen und gehen. Und genau dafür ist dieses Video hier. Es reicht, wenn du es weißt. Es reicht, wenn du die Wahrheit kennst. Zieh deine Konsequenzen. Und das wirst du mit diesen drei Strategien ab jetzt immer tun können. Du hast jetzt keine Ausrede mehr zu bleiben, denn so wirst du jeden Lügner enttarnen und zwar sofort. Und jetzt wollen wir mal einen großen Daumen nach oben geben, damit der YouTube-Algorithmus getriggert wird und das Video sich hier von ganz allein verbreitet. Als zweites, ihr seid 90.000 Menschen da draußen, die auf diesem Kanal hier aktiv unterwegs sind. Schreibt mir mal in die Kommentare. Gibt es noch mehr Strategien? Liebe Profiler, Polizisten, lasst uns hier mal wissen. Macht euch einen anonymen Account. Haut es mal hier unten in die Kommentare, weil das hilft Opfern dermaßen. Wir müssen den Opfern wieder beibringen, auf ihre Intuition zu hören, auf Fakten zu hören. Auch wenn der Narzisst ihnen Nebel im Kopf eingeredet hat, dass alles nicht real ist und dass nur ihre Realität wichtig und wahr ist. Teilt eure Erfahrungen miteinander, denn hier sind auch ganz viele, die zugucken und immer noch gefangen sind. Und jeder Kommentar hilft diesen Menschen, Leute. Als zweites, nutzt euren Buschfunk, teilt das Video mit ein, zwei Menschen, die euch wichtig sind, wo ihr sagt, ey, die sollen das jetzt endlich mal lernen, ihrer Intuition wieder zu vertrauen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und würde sagen, wir sehen uns hier ganz bald wieder. Eure Arti.